Hi Leute, willkommen zurück in Shurima. Heute haben wir die letzte Geschichte eines Champions aus Shurima, beim letzten Mal haben wir ja Rammus gemacht, den ich, ja, der irgendwie als mysteriöser Held dargestellt wird, dessen Ursprung unklar ist. Heute lesen wir Talia, die neue Championess und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das ist. Ich dachte eigentlich, vor allem weil Shurima ja die Geschichte neu gemacht wurde, denke ich, dass Talia wieder so ein besonderer Champion ist, für den sich Riot Games mit Mühe gemacht hat. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie da die Geschichte ist. Vor allem, was ich bei Talia mag, diesen Einlog-Bildschirm bei League of Legends, die Musik von Talia, die hat mir so gefallen, das ist eine meiner Lieblingsmusikstücke in League of Legends. Naja. Die hat gar kein Zitat. Jetzt ist es da. Talia, die Felsenweberin. Diese Welt ist wie ein Teppich, den wir selbst weben. Talia ist eine nomadische Magierin aus Shurima, die Felsen mit energiegeladenem Enthusiasmus und wilder Entschlossenheit webt. Hin- und hergerissen zwischen jugendlicher Entdeckungsfreude und dem Verantwortungsbewusstsein einer Erwachsenen hat sie fast ganz Valoran bereist, um die wahre Natur ihrer wachsenden Kräfte zu ergründen. Nun ist sie zurück, da sie Gerücht über die Rückkehr eines lange tote glaubten Imperators aufgeschnappt hat und ihren Stamm vor den Gefahren schützen möchte, die unter Shurimas wandelnden Sanden lauern. So mancher hat ihr weiches Herz schon fälschlicherweise für eine Schwäche gehalten und für diesen Fehler bezahlt. Hinter Talias jugendlichem Auftreten liegt nämlich ein Wille verborgen, der Berge versetzen kann und ein Temperament, das die Erde erbeben lässt. Talia wurde in dem steinigen Vorgebirge an der Grenze zu Ikatias verdorbenen Schatten geboren und verbrachte ihre Kindheit bei ihrem Stamm nomadischer Weber mit dem Hüten von Ziegen. Wohingegen die meisten außenstehenden Shurima als dunkelgelbes, brachliegendes Ödland sehen, zog ihre Familie sie als wahre Tochter der Wüste auf und lehrte sie, die Schönheit in den intensiven Farben des Landes zu sehen. Talia war schon immer von dem Fels unter den Dünen fasziniert. Als Kleinkind sammelte sie bunte Steine, während ihr Volk über die Jahreszeiten hinweg dem Wasser folgte. Als sie älter wurde, schien sich die Erde selbst zu ihr hingezogen zu fühlen und verbog und verdrehte sich, um durch den Sand ihren Spuren zu folgen. Als sie sechs Hochsommer alt war, entfernte sich Talia von der Karawane, um ein verehrtes Zittlern zu suchen, das man in ihre Obhut übergeben hatte. Sie war entschlossen, ihren Vater nicht zu enttäuschen, der der Meisterhirte und das Oberhaupt des Stammes war, und verfolgte das junge Tier bis tief in die Nacht hinein. Sie folgte den Hufabdrücken durch einen vertrockneten Flusslauf zu einer Schlucht. Das kleine Tier hatte es die Felswand hinaufgeschafft, saß dort aber nun fest. Der Sandstein zog sie magisch an und forderte sie förmlich dazu auf, Tritte aus der Wand herauszuziehen. Talia legte zögerlich eine Handfläche auf den Fels. Sie wollte das verschreckte Tier unbedingt sicher herabholen. Die elementare Kraft, die sie spürte, war so drängend und überwältigend wie ein zum Monsunregen. Sobald sie sich der Magie öffnete, wurde sie von ihr doch flutet. Der Stein sprang zu ihren Fingerspitzen und die Felswand der Schlucht stürzte mitsamt dem Tier auf sie herab. Am nächsten Morgen ging Talias besorgter Vater dem verängstigten Blöken des Zittlins entgegen. Er fiel auf die Knie, als er seine Tochter ohne Bewusstsein unter einer Decke aus lose gewebtem Stein vorfand. Voller Kummer kehrte er mit Talia zu ihrem Stamm zurück. Zwei Tage später erwachte das Mädchen im Zelt von Barbarian, der Großmutter des Stammes, aus ihren Fieberträumen. Talia begann der waisen Frau und ihren besorgten Eltern von der Nacht in der Schlucht zu erzählen und auch davon, wie der Fels sie gerufen hatte. Barbarian tröstete die Familie und sagte ihnen, dass die Webmuster des Steins ein Beweis dafür waren, dass die große Weberin, die mythische Beschützerin des Wüstenstammes, über das Mädchen wachte. In diesem Augenblick sah Talia den Ausdruck tiefer Sorge auf den Gesichtern ihrer Eltern und beschloss, die Wahrheit darüber, was in dieser Nacht geschehen war, für sich zu behalten. Nämlich, dass sie und nicht die große Weberin den Wüstenstein geformt hatte. Wenn die Kinder in Talias Stamm alt genug waren, tanzten sie unter dem Antlitz des Vollmondes der Form, die die große Weberin selbst in der Welt annahm, der Tanz ehrte die Talente der Kinder und sollte zeigen, welche Gaben sie dem Stamm als Erwachsene bringen würden. Dies war der Anfang ihres Pfades zu wahrem Wissen, denn die Kinder wurden im gleichen Atemzug auch ihren Lehrern zugeteilt. Talia hielt ihre wachsenden Kräfte weiter verborgen, da sie sie für gefährlich und nicht für einen Segen hielt. Sie sah ihren Spielkameraden dabei zu, wie sie Wolle spannen, um den Stamm in kalten Wüstennächten warm zu halten, können mit Scheren und Farben bewiesen oder Muster webten, die die Geschichten ihres Volkes erzählten. In diesen Nächten lag sie noch lange wach, nachdem die Kohle zu Asche herabgebrannt war und quälte sich mit dem Gedanken an die Kraft, die sich in ihrem Innern regte. Schließlich kam die Zeit für Talias Tanz unter dem Vollmond. Sie hatte zwar genug Talents dafür, ein fähiger Hirte zu werden, wie ihr Vater oder eine Webmeisterin wie ihre Mutter, doch das junge Mädchen fürchterte sich vor dem, was ihr Tanz enthüllen würde. Als Talia ihren Platz auf dem Sand einnahm, war sie umgeben von Handwerkzeug ihres Volkes, dem Hirtenstab, der Spindel und dem Webstuhl. Sie versuchte sich auf die Aufgabe vor ihr zu konzentrieren, doch es waren die weit entfernten Felsen und die vielschichtigen Farben des Landes, die sie magisch anzogen. Talia erschloss die Augen und tanzte. Die Kraft, die sie erfüllte, war so bewältigend, dass sie nicht den Faden schwann, sondern die Erde unter ihren Füßen. Die überraschten Rufe von ihrem Stamm rissen sie aus ihrer Trance. Eine imposante Säule aus gewebtem Stein ragte im Licht des Mondes hoch hinauf. Talia blickte in die schockierten Gesichter der Menschen um sie herum. Sie verlor die Beherrschung über den Stein und das gewebte Steinwerk fiel in sich zusammen. Talias Mutter rannte zu ihrer einzigen Tochter, um sie vor dem herabstürzenden Stein zu beschützen. Als der Staub sich schließlich legte, sah Talia die Zerstörung, die sie gewebt hatte, und die beunruhigten Gesichter ihres Stammes. Doch es war der kleine Schnitt im Gesicht ihrer Mutter, der Talias schlimmste Befürchtungen rechtfertigte. Die Verletzung war zwar nicht der Rede wert, doch Talia wurde klar, dass sie für die Menschen eine Bedrohung darstellte, die sie in dieser Welt am meisten liebte. Sie rannte in die Nacht davon, und der Boden unter ihren Füßen bebte ob der Verzweiflung, die wie ein schwerer Klotz an ihr hing. Wieder war es ihr Vater, der sie in der Wüste fand. Die aufgehende Sonne tauchte sie beide in sanftes Licht, als ihm ihr Geheimnis schluchzend gestand. Er tat das Einzige, was sein Vater in dieser Situation tun konnte. Er nahm seine Tochter fest in den Arm. Er sagte ihr, dass sie nicht vor ihren Kräften davonlaufen konnte, und dass sie ihren Tanz zu Ende bringen musste, um zu sehen, wo ihr Weg sie hinführen würde. Der Gabel der großen Weberin, den Rücken zu kehren, war die einzige Gefahr, die sein Herz und das ihre Mutter brechen würde. Talia kehrte mit ihrem Vater zu ihrem Stamm zurück. Sie trat mit offenen Augen in den Tanzkreis. Diesmal webte sie ein neues steinerndes Band, und jede Farbe und Struktur entsprang eine Erinnerung an die Menschen, die sie umgaben. Als sie zum Ende kam, saß der Stamm voller Ehrfurcht da. Talia wartete nervös. Nun würde ein Mitglied ihres Stammes aufstehen und sie als Schülerin annehmen. Die Zeit dehnte sich unendlich lange aus, während das Blut in Talias Ohren pochte. Sie hörte, wie der Schotter knirschte, als ihr Vater aufstand. Neben ihm erhob sich ihre Mutter. Baba Jan, die Färbermeisterin und der Meisterspinner standen ebenfalls auf. Nach kurzer Zeit war der gesamte Stamm auf den Beinen. Alle wollten sie das Mädchen unterstützen, das Stein weben konnte. Talia sah sich jeden genau an. Sie wusste, dass Kräfte wie ihre seit Generationen nicht mehr gesehen worden waren, vielleicht sogar noch länger. Jetzt standen sie bei ihr, ihre Liebe und Vertrauen umgaben sie, doch auch ihre Sorge war fast greifbar. Niemand unter ihnen hörte den Ruf der Erde wie sie. So sehr sie diese Leute liebte, sah sie doch niemanden, der ihr beibringen konnte, wie sie die elementare Magie kontrollieren konnte, die durch sie strömte. Sie wusste, dass sie die Leben ihres Stammes riskierte, wenn sie bei ihnen bleiben wollte. Obwohl es ihnen allen wehtat, verabschiedete sich Talia von ihren Eltern und ihrem Volk und machte sich auf in die Welt. Sie reiste nach Westen, zum entlegenen Gipfel des Targon, der ihre natürliche Verbindung zu Fels sie zu dem Berg entzog, den die Sterne streiften. Allerdings waren es am nördlichen Rand Schorimas diejenigen, die unter dem noxianischen Banner marschierten, die ihre Kräfte zuerst entdeckten. Sie erzählten ihr, dass in Noxus Magie wie ihre hoch angesehen und sogar verehrt wurde und sie versprachen ihre einen Lehrer. Talia war nicht dazu erzogen worden, misstrauisch zu sein und war auf die säusenden Versprechen und geübten Lächeln der noxianischen Würdenträger nicht vorbereitet. Bald schon fand sich das Mädchen aus der Wüste auf einem kurvenlosen Weg wieder, der unter den vielen Noxtura hindurchführte, den eisernen Toren, die den Anspruch des Reiches auf ein oberstes Land darstellten. Die Bewohnermassen und die vielschichtige Politik der Hauptstadt wirkten auf ein Mädchen aus der freien Wüste claustrophobisch. Talia wurde stolz den Rängen der magischen Gesellschaft von Noxus vorgeführt. Viele zeigten an ihren Kräften und dem damit verbundenen Potenzial Interesse. Doch es war ein in Ungnade gefallener Kapitän, der versprach, sie an einen wilden Ort jenseits des Meeres mitzunehmen, an dem sie ihre Fähigkeiten gefahrlos üben konnte, der sie restlos überzeugte. Sie nahm das Angebot des jungen Offiziers an und überquerte das Meer in Richtung Ionia. Allerdings wurde schnell klar, als das Schiff Anker setzte, dass sie nur eine glorifizierte Waffe für einen Mann war, der verzweifelt seinen Plan in den höchsten Rängen der noxianischen Marine zurückhaben wollte. Bei Tagesanbruch stellte der Kapitän sie vor die Wahl. Sie sollte entweder ein ganzes Volk im Schlaf lebendig begraben oder er würde sie in die Brandung werfen lassen. Talia schaute über die Bucht. Noch stieg von den schlafenden Feuerstellen des Dorfes kein Rauch auf. Es war nicht diese Art von Lektion, für die sie so weit gekommen war. Talia weigerte sich und der Kapitän ließ sie über Bord werfen. Sie entkam der Flut und der Schlacht am Strand und wanderte verloren in den frostigen Bergen von Ionia umher. Dort traf sie letztendlich auf ihren Lehrer, einen Mann, dessen Klinge sich den Wind selbst zunutze machte und der die Elemente sowie die Bedeutung von Gleichgewicht verstand. Mit ihm trainierte sie eine Zeit lang und erlangte die Beherrschung, die sie so dringend gebraucht hatte. Hört sich irgendwie an wie Yasuo. Yasuo kommt ja auch aus Ionia. Als sie sich in einem abgelegenen Gasthof ausruhten, hörte Talia, dass der aufgestiegene Imperator von Shorima in sein Wüstenreich zurückgekehrt war. Gerüchten zufolge wollte dieser gottgewordene Imperator sein Volk, die zersprengten Stämme, als Sklaven unter sich sammeln. Obwohl ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen war, hatte sie keine andere Wahl. Sie wusste, dass sie zu ihrer Familie zurückkehren und sie beschützen musste. Traurigerweise drängten sich ihr Weg und der Weg ihres Mentors. Talia kehrte zu den Dünen von Shorima zurück, über die der Wüstenwind fegte. Die unerbittlichen Strahlen der Sonne brannten auf sie herab. Als Talia entschlossen, ihre Leute zu finden, weithin in die Wüste vordrang, ihr Wille war eisern und sie würde alles tun, was nötig war, um ihre Familie und ihren Stamm vor der Gefahr zu schützen, die am Horizont drohte. Ja, also ich muss sagen, ich mag Talia. Mir gefällt ihr Charakter doch schon sehr. Aber die Geschichte an sich finde ich jetzt nicht so spannend. Ich meine, das ist einfach nur die Geschichte eines Mädchens, die in einem ganz normalen Stamm aufwächst, aus ganz normalen Menschen und plötzlich entdeckt sie, dass sie Magie hat, dass sie die Erde mit Magie bewegen kann, befehligen kann. Und ja, das war's halt. Fertig. Naja, finde ich jetzt persönlich nicht so spannend, aber wie gesagt, ihren Charakter mag ich. Ich mag es, dass sie so nett ist und gleichzeitig auch so intelligent und weise, dass sie sagt, sie muss auf Reisen gehen und sowas. Und ich hoffe, oder ich denke, dass sie tatsächlich als Yasuo begegnet ist. Wer weiß, vielleicht sogar bevor in Ungnade gefallen ist. Wer weiß das schon. Naja, lesen wir mal weiter. Echos im Stein Talia versuchte, mit dem Sandsturm zu entkommen, als sie das Wasser das erste Mal bemerkte. Anfangs war es kaum bemerkbar, nur eine kühle Feuchte, die sie spürte, als die Steine tief unter dem Sand hervorkamen. Je näher sie dem alten Schurime kam, desto mehr nasse Rinnensaale tropften von jedem neuen Stein, als würden sie weinen. Talia wusste, dass die Steine Geschichten zu erzählen hatten, während sie durch die Wüste sauste, doch sie hatte nicht die Zeit, herauszufinden, ob es Freuden oder Trauertränen waren. Als sie nahe genug war, dass die große Sonnenscheibe ihren Schatten auf sie werfen konnte, floss das Wasser aus unterirdischen Schichten wie kleine Flüsse über die Felsspalte auf der sie dahin glitt. Sobald sie an den Toren angekommen war, hörte sie das ohrenbetäubende Grollen von Wasser, das über den felsigen Untergrund rauschte. Die Oase des Morgens, die mutalen Lebens, toste unter dem Sand. Die Leute ihres Stammes waren dem Wasser jahrhundertelang, die Jahreszeiten hindurch, gefolgt. Die beste Möglichkeit, ihre Familie zu finden, wäre es gewesen, dem Wasser zu folgen. Jetzt floss das Wasser in Schurima zu Thalias Enttäuschung jedoch wie in den vergangenen Zeitaltern wieder aus einer einzigen Quelle. Die tragischen Überreste der Hauptstadt waren stets gemieden worden, fast so sehr wie die große Sai und die tödlichen Kreaturen, die dort jagten. Selbst die bewussten, dass sie der Stadt besser nicht zu nahe kamen. Bis jetzt. Thalia brachte ihren felsigen Untersatz plötzlich zum Stehen und stolperte fast, fast als sie den Stein schnell unter die Oberfläche des Sandes zurückschob. Sie blickte sich um. Die Frau aus Wekaura hatte Recht behalten. Dieser Ort war nicht länger eine vergessene Ruine, die von den Geistern im Sand heimgesucht wurde. Tatsächlich herrschte in dem notdürftigen Lager vor den Mauern reiges Treiben, wie in einem Ameisenügel vor einer Überschwemmung. Da sie nicht wusste, wer diese Leute waren, hielt sie es für das Beste nicht mehr als nötig von sich preiszugeben. Anscheinend waren Stämme aus allen vier Ecken ihrer Heimat vertreten. Doch als Thalia die vielen Gesichter näher betrachtete, fiel er kein Bekanntes auf. Die Leute hier waren uneins. Sie stritten sich darüber, ob sie in ihren vorübergehenden Lagern bleiben oder in der Stadt schlusszuchen sollten. Einige befürchteten, dass die Stadt so schnell wieder einfallen würde, wie sie sich erhoben hatte und alle unter sich begraben würde. Andere sahen den Sturm, der von unnatürlichen Blitzen nur so knisterte und schätzen, dass ihre Überlebenschossen innerhalb der Magen größer waren. Selbst wenn sie einst Generationen lang im Sand versunken waren. Sie bewegten sich alle sehr rasch, packten willkürlich Sachen zusammen und schielten besorgt zum Himmel hinauf. Thalia hatte das Rennen gegen den Sturm gewonnen, doch es würde nicht lange dauern, bis der Sand gegen die Tore peitschte. Jetzt wäre es an der Zeit für eine Entscheidung. Eine Frau rief ihr etwas zu. Ihre Stimme ging im Rauschen des Wassers der Oase und dem sich erhebenden Sturm fast unter. Gehst du hinein oder gehst du fort, Mädchen? Thalia wandte sich der Frau zu. Sie war schon römanischer Abstammung, doch sie kannte sie nicht. Ich suche nach meiner Familie. Thalia deutete auf ihre Tunika. Sie sind Weber. Der faltenköpfige Vater hat allen innerhalb dieser Mauer Schutz zugesagt, erwiderte die Frau. Falkenköpfiger Vater? Die Frau sah Thalias beunruhigtes Gesicht, nahm ihre Hand und lächelte. Asir ist als Aufgestiegener zu uns zurückgekehrt. Die Oase des Morgens sprudelt wieder. Für Jorima ist ein neuer Tag angebrochen. Thalia sah sich die Leute um sie herum genauer an. Es stimmte. Sie waren unentschlossen, ob sie tiefer in die riesige Hauptstadt hinein sollten, doch die Angst auf ihren Gesichtern rührte eher von dem unnatürlichen Sturm her als von der Stadt oder dem zurückgekehrten Imperator. Heute Morgen waren Weber hier. Sie wollten in der Stadt warten, bis der Sturm vorbeizieht, fuhr die Frau fort. Sie zeigte auf die Menschenmassen, die in das neu erwachte Herz von Jorima drängten. Wir müssen uns beeilen. Sie schließen die Tore. Die Frau zehrte Thalia auf eines der großen Tore der Hauptstadt zu. Hinter ihnen drückte sie eine Gruppe Fremder vor sich her, die sich in letzter Minute dagegen entschlossen hatten, es alleine mit dem Sand aufzunehmen. Ein paar vereinzelte Grüppchen hielten sich an ihre Tiere und waren fest entschlossen, den Sturm zu überdauern, wie es shurimanische Karawanen seit Generationen getan hatten. In einiger Entfernung knisterten seltsame und bedrohliche Blitze am Rande des Wirbelsturms. Alte shurimanische Traditionen waren vielleicht nicht genug, um den Sturm zu überleben. Thalia und die Frau wurden über die goldene Schwelle gedrückt. Die Shurima von der Wüste um sie herumtrennte. Die schweren Tore schwangen mit einem hallenden Dröhnen hinter ihnen zu und die schiere Größe von Shurimas alte Pracht erstreckte sich vor ihnen. Die Menge blieb in der Nähe der dritten, schützenden Mauern, als wäre sie nicht sicher, wo sie hin sollte. Es schien fast so, als spürten sie, dass die leeren Straßen jemand anderen gehörten. Ich bin sicher, dass deine Leute irgendwo in der Stadt sind. Die meisten sind in der Nähe der Tore geblieben, die wenigstens sind mutig genug, weiter hineinzugehen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Die Frau ließ Thalias handlos und lächelte. Wasser und Schatten, dir, Schwester. Wasser und Schatten. Thalias Stimme verlor sich, als die Frau in der wuselnden Menge verschwand. Die Stadt war jahrtausendelang still gewesen und posierte jetzt mit Leben. Über Shurimas neuesten Bewohner wachten andächtig behelmte Hüter, die rot-göldene Wüstenmäntel trugen. Obwohl keine Unruhe herrschte, hatte Thalia weiterhin das Gefühl, dass etwas mit diesem Ort nicht stimmte. Thalia suchte an der dicken Mauer Halt, um sich abzustützen. Sie schnappte nach Luft. Der Stein unter ihrer Handfläche pochte. Schmerz! Ein schrecklicher, blendender Schmerz überkam sie. Zehntausende Stimmen waren in den Stein geritzt. Die Angst und Qualen ihrer letzten Augenblicke, bevor ihre Leben ausgelöscht und ihr Umriss in den Stein gebrannt worden waren, schrien in ihrem Geist. Thalia riss ihre Hand von der Mauer und stolperte. Sie hatte in der Vergangenheit bereits Vibrationen im Stein gespürt, nachhallende Erinnerungen an die vergangenen Zeit, doch noch nie auf diese Weise. Das Wissen darüber, was sich zugetragen hatte, stürzte sie zutiefst. Mit wildem Blick stand sie da und strachte mit neuen Augen auf die Stadt. Ein starkes Ekelgefühl überkam sie. Dies hier war keine neugeborene Stadt. Dies war ein leeres Grab, das sich aus dem Sand erhoben hatte. Als Asya das letzte Mal dem Volk von Shurima Versprechungen gemacht hatte, hatte dies unzählige Leben gefordert. Ich muss meine Familien finden, flüsterte sie. Also ich muss schon sagen, dieses Abenteuer mit der Auferstehung von Asya und Talia, das interessiert mich jetzt doch schon wieder. Das finde ich spannend. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Findet sie ihre Familie? Was passiert, wenn sie auf Asya trifft? Kann sie ihre Fähigkeiten geheim halten? Das frage ich mich gerade. Und es wäre wirklich interessant. Ich hoffe, dass Riot Games die Geschichte um Talia und Asya natürlich auch irgendwann mal ein bisschen weiter spinnt. Wäre sehr, sehr schön. Vielleicht wieder im Zuge eines Events? Keine Ahnung. Aber ich würde mich freuen. Nun gut, damit hätten wir jetzt alle Champions durch, aber wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte. Denn die Blutlinie ist ja mittlerweile auch aktiv. Und die werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Ob das jetzt tatsächlich nur eine Blutlinie ist und keine Geschichte dazu, ich weiß es nicht. Ihr habt da noch nicht draufgeklickt. Ich lasse mich da überraschen. Wenn es halt keine Geschichte ist, sondern wirklich nur eine Blutlinie irgendwie, wer von wem abstammt, dann diskutiere ich das vielleicht ein bisschen. Daut das Video nur fünf bis zehn Minuten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es wird definitiv ein eigenes Video. Und ich bin schon sehr gespannt darüber. Also dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.